Er sieht Alpha verloren. Lebt er noch? Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen MG-Schützen. Best nicht danach töten. Das war's Ding am Mann. 100 Pro. Ja? Hast du ihn gehabt? So, scheiße. Weil ich habe ja Luftradar und ich sehe kein Heli oben, also... Ja, warte, ich will jetzt da, vorne. Ja, der wurde jetzt gerade abgeknallt. Super. Ah, einen habe ich noch. OPT irgendwas, Prime. Wo denn? Oh, und es ist mega viel. Denk und alles. Heli, Heli. Oh, und zurecht. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerwerk. Östlich deine aktuellen Stellung. Ja, es ist genau. Ich sage ja, wir werden... Angus Crack. Aber es war noch... Ich glaube, es war noch mehr. Ich hoffe, es war noch mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Michi Wir müssen ja nie Angst haben, wir können ja, das, ja, wir können ja auch im schlimmsten Fall Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Uh, hast du gehütet? Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Ja, ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet! Haltliche Scharfschütze gesichtet! Wir haben Einsatzziel Charly neutralisiert! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tod ungefunden! Ne, der ist Tod! Was? Woah! Michi! Michi! Vier hab' ich! Fünf! Ne, vier! Fühlt wer? Du eigentlich noch nicht! Ich hab'n Sichtkontakt zu einem feindlichen Scharfschützen! Zug nicht von hier! Achso, da hat er's nur durch Dokar gesagt! Sehr schön! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Unten wieder Michi! Noch einer rechts! Woah! Wahrscheinlich! Battlefield-Moment eigentlich, aber ja... Ja, irgendwas war da wahrscheinlich, weil... Oder anscheinend! Joy. Na jaah... Mal 14 zu 3 haben wir beide! Noch nicht grad so gut! Moment, wo wir das dachte... Boller Armeißen! Ja, bist übel? Schau mal, unser ganzes Team ist ja auch dort. Hm, hab's gesehen. Oh, und siehst der denn? Rechts. Hier unten gammelt der denn drüben. Warte, warte mit abschießen, bis sie oben ist, bis sie ausgestiegen sind. Dann können mehr spawnen. Schau, schau, genau, das hab ich gerade. Schön, rechts. Achtung, ich habe den feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet. Ich habe Hilfe, Zeit, was ich kriege. Feindliche Zweiterbeschuld in eurem Gebiet, ober. Westlich von dir scheint ein kleiner Schauspieler zu sein. Hehehehehe. Hey, was ist denn los? Was ist denn? Wow, der Wichser überlebt. Nein, irgendjemand hat ihn. Hast du ihn? Ah, gut, gut. Was ist denn los? Oh, Mann, die Opfer. Nein, aber jetzt. Unser Team soll da mal Platz machen. Ah, da oben liegt einer wieder. Boah, gut gestunken. Schön. Ich habe Sichtkontakt zu einem feindlichen Gehschützen. Such nicht deiner aktuellen Stellung. Ich habe einen feindlichen Illi gesichtet. Komm zurück. Komm sofort wieder her. Der wollte nur ab naschen gehen. War wohl nichts. Nee, was bringt dir das? Hast du jetzt gesehen, wie schnell der tot war? Ja, ich habe einen freundlichen Schaffschaff zu Gerechtigkeit zu machen. Waren nur zwei oben? Sieht so aus, ne? Einsatzziel Alpha wurde noch verletzt. Ja, drei Stück. Weg. Oh Mann. Einsatzziel Alpha wurde erobert. Ja, eben. Genau. Irgendwas schießt auf uns. Was schießt auf uns? Ah, Base. Weil es von dort die Schüsse kamen nicht so. Ja, ne, ich dachte da wär was zum Abschießen, aber... Und ein Boot. Typ hab ich. Ich hatte deutlich den E-Schützen nördlich deiner jetzigen Position gesichtet. Ah, die ab. Oh, Kampfheli. Kampfheli ist vor uns. Ich schau, er nascht lieber wieder ab. Uuuuh, hat der Glück. Ausgesch- Ja, meine auch. Beide, voll. Oh, komm! Nein, nein! Einer ist noch raus. Transporthelik. Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Da kann ich ja kurz... Das war dreist, Mann. Das war übelst dreist. Ich hab'n feindlichen Helikopter gesichtet. Ah, okay. Okay. Na klar. Naja, nur noch vier. Ne, was ich kann da. Ich hab'n heiligen Panzerwagen gesichtet. Einsatz den Helikopter gesichtet. Transportheli hinter uns, Unkampfheli. Ich habe Sichtkontakt zu den feindlichen Schatzschützen. Südlich der aktuellen Stellung. Ich habe die Kontrolle im Beeinsatz Ziel-Delta. Ich habe einen feindlichen Heli gesichtet. Feindlicher Helikopter gesichtet. Oh, fuck you. Er springt raus, der Kluz. Und Stinger. Und was gibt es denn sogar? Nee, ich bin ja nett. Ich kicke nur das erste Mal. Aber es ist gut, diese Runde wollen sie echt nur eins auf den Dächern landen und es oben kacke machen. Voll Idiot, ne? Ja, das wäre noch besser, man. Ich schiebe gerade zwei rüber. Mal schauen, ob es was bringt. Ja, ich habe es gesehen, ich war noch am Spielen. Ich habe mich nicht gesehen, ich bin ja auch noch am Spielen. Kampfheli. Wieder derselbe, wieder, wieder derselbe. Schut. Sehr strong, gelовte. Stinger, Stinger. Nee, das war's Dinger. Achso. War ne kurzes Vergnügen. Oh ja, immer noch Gleichschritte, das ist voll geil. Ja, ich schieb die ganze Zeit, aber es reicht nicht. Achso, ah, ich dachte, ja, passt, ja, dann ist ja gut. Hätte ich gar nicht mehr schieben müssen. Ja, wenn alle dort gammeln ist, dann kein Wunder, dass sie das nicht einnehmen können. Nein. Ich kann es im Verlag ruhig kurz aufs Dach fliegen oder so, dass wir dort wechseln können. Ja, weißt du, wenn einer dann spawnt, ist es wieder besser. Manchmal ist es ein sehr banger, das ist nicht drin, oder zumindest nicht fliegen. Ja. Boah, Michi. Ja.